servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal am mittwoch ist es soweit das erste große klassen tuning von world of warcraft in the war within erwartet uns betroffen sind eine vielzahl von klassen und tatsächlich gibt es einige ordentliche buffs ein paar nerfs dabei aber hauptsächlich geht es um buffs die wollen wir uns in diesem video mal anschauen und ich würde sagen wenn euch das ganze gefällt wenn ihr keine tipps tricks news weiter verpassen wollt dann sehr gerne den kanal abonnieren wir starten rein ins video es geht los mit dem frost dk der frost stoß macht sechs prozent weniger schaden obliterate auslöschen sechs prozent weniger schaden icy death torrent zehn prozent weniger und glacial advance auch zehn prozent weniger schaden also alles in einem frost dk wird ein gutes stück genervt letzten endes war der dann wohl ein bisschen zu stark die eule bekommt dafür erstmal also hier das wird auch genervt umbral intensität erhöht den schaden von zorn um 20 bis 40 prozent statt 25 und 50 und sternfeuer um 15 bis 30 statt 50 das talent wird ein bisschen genervt also ist tatsächlich ich zeige es jetzt nur mal kurz der vollständigkeit halber weil ich gerade eh auf dem char online bin hier umbral intensität das ist ein talent was man aktuell noch spielt also da gibt es tatsächlich dann nerf für allerdings anderer fähigkeiten werden gebufft sternen sog um zwölf prozent sternen regen um 20 prozent das ist ganz nett für mythisch plus wenn das dann losgeht und harmony of the heavens das können wir uns auch nochmal schnell anschauen harmonie der himmel spielt man aktuell meistens sehr sehr wenig sternsug oder sternregen erhöhen den arkaden oder arkaden oder naturschaden bonus eurer aktuellen finsternis um zusätzlich ein prozent bis zu fünf prozent das wird um ja ein prozent quasi pro prozent gebufft also zwei prozent pro prock und auf maximal sechs prozent danach gibt es eine kleine anpassung noch für den den feral druiden blutkrallen also blood talents und dieses lions strength erhöhen auch euren schaden eurer rampant ferocity das ist eine kleine anpassung damit unbändige wildheit also davon auch noch ein bisschen profitiert bzw verstärkt wird wir haben den evoker devastation devastation also der rein normale damage spec möchte ich jetzt mal nennen an dieser stelle der schaden all eurer fähigkeiten wurde erst mal um sechs prozent angehoben also da gibt es schon mal flat out sechs prozent mehr damage feuersturm 20 prozent mehr schaden dafür die dauer des effekts auf zehn sekunden verringert statt wie vorher zwölf sekunden ähm dazu haben wir dann noch bei dem flame shaper hero talent wurde die fähigkeit umhüllen angepasst die macht zukünftig 30 prozent mehr schaden also alles in allem hier ein ja guter damage buff für den für den für den jäger wollte ich sagen für den evoker danach haben wir den hunter da hat blizzard das talent boshafte jagd angepasst für beastmaster und für überleben bei beastmaster macht zehn prozent weniger schaden bei survival macht zehn prozent mehr schaden was da ist dann auch noch mal so eine kleine ankündigung von blizzard dazu wodurch es gesagt wird dass wenn misches hand schaden einen bestimmten punkt erreicht sorgt es dafür dass kill command also tötungsbefehl die survival rota dominiert deswegen gab es da ein paar anpassungen ja alles in allem sie werden schon wissen was sie tun dann haben wir heulen des rudels ebenfalls angepasst critical strike damage bonus um fünf prozent bei beastmaster erhöht bei survival um elf prozent also auch hier macht blizzard unterschiede zwischen den einzelnen specks halt einfach weil sie wahrscheinlich ja mal mehr mal weniger gut damit skalieren dann haben wir noch den wütenden angriff bonus schaden auf 60 prozent statt wie vorher 30 prozent erhöht allerdings wie gesagt nur survival und dann haben wir noch zu guter letzt das talent karl die hört karl die hört karl die hört müsste es sein das ist verwirrend da gibt es nämlich tatsächlich auch eine quest wie ich gerade sehe die so heißt herden schlachtung der dort effekt 60 prozent mehr schaden als vorher dann haben wir magier feuer lebende bombe 30 prozent mehr schaden der pyroschlag 5 prozent mehr schaden und der flammenstoß 10 prozent mehr schaden also da buffs durch die bank weg bei frostfeuer hat man den frostfeuer blitz um 25 prozent erhöht für feuer magier und dann haben wir noch dieses sun fury der arcane phoenix macht zehn prozent weniger schaden für arcane die dauer von arcane seele wurde reduziert auf zwei sekunden statt drei sekunden und dieses burden of power da wurde es oder gab es eine kleine anpassung zu dem talent retri da wurde die meisterschaft einfach nur angepasst dass euch auf level 80 180 meisterschaft jetzt 1,35 prozent statt 1,5 prozent geben und alle fähigkeiten die holy schaden machen machen 5 prozent mehr schaden genau das wurde angepasst beim disziplin priest haben wir diese präventiven maßnahmen erhöht die stärke oder die absorption eures machtwort schilds um 40 prozent atonement also abbitte heilung um 100 prozent außerhalb des rates erhöht statt wie vorher 70 prozent also das ist dann auch interessant für mythisch plus dann gab es wohl ein problem mit der kritischen heilung von abbitte das wurde gefixt und schattenwort schmerz purge the wicked damage um 20 prozent erhöht und dann haben wir noch den leeren schlag des shadow priest oder dieses void wie vaetz 20 prozent mehr schaden also auch hier ein buff wir sehen den ele schami der muss ein bisschen alles in allem beziehungsweise die meisterschaft wird gebufft um 35 prozent dafür allerweiterer schaden um 6 prozent genervt ich gehe mal davon aus dass ich das alles in allem in einem trotzdem in einem nerf niederschlagen wird weil 6 prozent auf alles das ist schon relativ ordentlich würde ich mal behaupten dann haben wir noch den storm bringer hero talent baum da wurde das sturm gewitter geändert macht 65 prozent in den gegnern in der nähe statt wie vorher 50 prozent ab fünf tage zu macht das talent dafür jetzt weniger schaden dann haben wir noch den enhancer kompletter schaden um vier prozent reduziert der elementar schlag macht zwölf prozent mehr schaden dann haben wir hier dasselbe für das sturm gebitter wie wir es auch beim ele schami hatten und dann haben wir noch zwei anpassungen für totemic also wenn ihr den baum spielt tremor zehn prozent mehr schaden searing volley zehn prozent mehr schaden und zu guter letzt den destruction warlock alle fähigkeiten machen fünf prozent mehr schaden heißt es gibt buffs für den desto warlock nerfs für ele und enhancer schami priest shadow und disziplin werden ein bisschen gebufft retri wird auch eher gebufft magier buffs haben wir am start für hunter gibt es eigentlich auch eher buffs für den evoker gibt es buffs für die eule und für den frostika gibt es nerfs das sind die ersten änderungen mit denen wir jetzt erstmal klarkommen müssen schreibt mir eure meinung dazu gerne in die kommentare bis dahin habt eine gute zeit und reingehauen bis dahin 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 Untertitelung des ZDF, 2020